Herzlich willkommen bei der Firma Grünbeck. Heute zur kurzen Produktvorstellung der Enthärtungsanlage Softlake MD12i. Der Maßstab für vollentherteres Wasser in kompakter Baufarm. Die Softlake MD12i ist eine Enthärtungsanlage für den industriellen Anwendungsfall, zum Beispiel zur Voraufbereitung für Umkehrosmoseanlagen, zur Heizungswasserbefüllung oder für Luftentfeuchter. Die Anlage bietet 24 Stunden, 7 Tage die Woche vollentherteres Wasser, bedeutet kleiner 0,1 Grad deutscher Härte. Die Anlage ist mit ihrem kompakten Design ca. 50% kleiner wie alternative Enthärtungsanlagen. Durch das integrierte Touchdisplay kann die Anlage in Betrieb genommen werden und auch per WLAN oder LAN an die Gebäudeleittechnik angebunden werden. Durch die Cloud-Anbindung kann die Anlage überall kontrolliert werden. Der Wassersensor meldet auch, sollte Wasser unkontrolliert austreten. Wie in unserem Anwendungsbeispiel hier, ist die Anlage parallel vor Ort, um einen höheren Volumenstrom als Voraufbereitung vor der Umkehrosmoseanlage zu leisten. Fazit, die Softlake MD12i ist eine kompakte Anlage mit einem höheren Leistungsvolumen als das Vorgängermodell 60% mehr als der Weichwassermeister GSX-10i. Vorgängermodell 60% mehr als das 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 V